Achtung, Achtung! Es folgt eine wichtige Durchsage. Diese Daten, die müsst ihr euch merken. Weil dann steigt das schönste Fest im Kanton Soleturn, das Kantonalturnfest im Niederrand. Es hat mit einem Traum angefangen. Im Traum des ehemaligen Präsidenten des Soleturner Turnverband, Rolf Christandl. Wenn man in dieser Festhütte gestanden ist, wo die Seegredung über die Bühne gegangen ist, zum Baustuhl und wirklich die Kinder voller Emotionen in diesem Zeltdinger gewesen sind, Fahnen schwingend, jubelnd, haben die Medaillen entgegennehmen für die Leistungen, die sie erbracht haben. Das war einfach sensationell. Du siehst, wir kommen jetzt noch Hühnerhaut und diese Stimmung überzubringen und aus dem Niederrand auszustrahlen, im ganzen Kanton Soleturn, das ist, glaube ich, wirklich eine grosse Anspur. Für euch sind wir schon mit Vollgas am Schaffen und eins kann ich versprechen. Freuen könnt ihr euch nicht nur auf ein tolles Kantonalturnfest, sondern auch auf ein super Festgelände. Turn- und Festplatz sind alles bei Kreisschule Mittelgösse, nach dem Wettkampf noch weitlaufen müsst ihr also nicht. Freut euch auf das Jahr 2018, auf zwei Wochenende Kantonalturnfest bei uns im schönen Niederrand. Wir zählen auf euch!